Wir stellen euch eine Frage und sie müssen sie erraten. Er gibt Kommandos, was die Spieler machen sollten. Also der Zeugel kaum darf man den Namen sagen. Er sitzt bei so einem kleinen Tessel. Ein kleines Haus, wo vorne offen ist. Und der sitzt dann und beobachtet das Spiel. Und er ist ein Mann. Die Größe kenne ich nicht so gut aus. Hat so einen leichten Bart. Hat meistens so eine Kräuterviertjacke. Wenn ihr die richtige Antwort kennt, schreibt uns eine E-Mail. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017